... mit der Nase von der Köln! Die Nase von der Köln Wow, das ist ein Fussi! Das hinterher lässt greissen, aber das lange ist noch zum Böger, Meier, Silas, Power! Mit dem Nummer 66 geht das ist der Böger Kylian. Ein Power-Biker, jawohl, zwei Power-Biker raus, eine innen drei, Böger wird abgeführt und fahren von der Gäbel-Kinze mit dem Nummer 62 Der Stapfer, der Till! Wollt da vorbeigehen, Bürger, Kilian, Bürger, Kilian! Happy birthday! Kevin Schunk, Stapfer, Marty, Fock, Brunner, Jakob Felix, Brunner, Schill! Hoi, 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 hoi! All vier, drei, mit den Arm, weicht sie in die Ksiere in die erste Vorfinale! Die erste Teil, Jakob Felix, die wir in der Mitte Position! Eingang in Kurvenier in Führung, aber Brunner, Brunner, Schill! Der ist vom Berat, so! Ah, der Vöver, das Geburtstagskind, der Schunk, der Kevin! Gibt alles, ein Sieg am heutigen Tag, wäre natürlich schön, als Geburtstags denke ich, ah, das ist wie ein Paar in der Sonne! Der Brunner, der Jakob Felix, wo die Sonne erscheint! Der Schunk, der Kevin, an der zweiten Position, gerade auf den Zielgeraden, etwas zu machen! Jetzt Dichstattler, Bayer, Thoman Gawenge! Da sind ja auch nicht viele unterwegs, die Reppilote, die heute dominieren, in dieser Serie, Nummer 30, gemeint, 16 plus Thoman von Gawenge! Yeah! Der Null-Elfer zieht mit Bayer, Silvan, und dann kommt er mal Luft, dann kommt er mal nichts, der Thoman, der Gawenge, der Elfer, der Bayer, da kommt er 60, der erste Kader, vor dem Bergen, von den Stattler, um... ... 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